hallo meine lieben und herzlich willkommen zum neuen video ein pferd vom pferdehändler kaufen das ist ja so ein satz wenn das ganz viele leute hören dann heißt immer oh mein gott wie kannst du nur ein pferd beim händler kaufen und wie kann man nur und sonstiges und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen da sind wir auch wieder beim thema persönliche erfahrungen denn der ein oder andere der mich lange schon verfolgt da weiß es ansonsten falls es nicht wisst dann ist das vielleicht jetzt eine kleine überraschung für euch ja tatsächlich ist es so auch ich habe ein pferd beim pferdehändler gekauft und das schon vor sehr sehr langer zeit nämlich mein ruby der kommt von einem pferdehändler ja und das ist gar nicht so schlimm also ich finde es halt einfach sehr sehr schade dass so viele menschen eigentlich so eine abneigung haben wenn sie das wort pferdehändler hören natürlich muss man in einer gewissen weise definitiv aufpassen ja man darf halt die geschichten die vielleicht dazu den pferden erzählt werden nicht unbedingt glauben also ich habe definitiv auch eine geschichte bei ruby damals gehört der angeblich schon seit über ein dreiviertel jahr auch in dem steil stand und alles und dann habe ich aber im pass gesehen dass ein halbes jahr vorher nee gar nicht war drei oder vier monate vorher noch in paderborn eine pilzimpfung bekommen hat also da war ja noch nicht mehr im umkreis von frankfurt ja also dass nicht sein konnte diese geschichte ja also man muss halt einfach ein bisschen gesunden menschenverstand mitbringen bei dem pferdehändler grundsätzlich sagt ich einfach pferdehändler sind nichts schlimmes wenn man einfach entsprechend vorbereitet da dran geht also die frage ist halt auch was suche ich für ein pferd also ich habe damals halt einfach ein ganz braves pferd gesucht und das habe ich definitiv auch gefunden aber man muss halt wie gesagt einfach so ein bisschen zwischen den zeilen lesen und einfach ein bisschen vorsichtig sein vielleicht fängt man auch erst mal einfach an darüber nachzudenken warum landen pferde denn überhaupt beim pferdehändler das kann natürlich so viele gründe haben es kann sein dass einfach der damalige besitzer tatsächlich einfach in not gekommen ist das heißt finanziell privat oder wie auch immer und das pferd einfach schnellstmöglich verkaufen musste ja das heißt das pferd musste deshalb nicht schlecht sein und vielleicht ist es dem besitzer ja auch schwer gefallen diesen schritt zu gehen aber ja da kann das pferd halt nichts dafür ja natürlich gibt es auch pferde die eben versucht wurden ich sage jetzt mal zum beispiel wie mein ruby schnell schnell irgendwo fertig zu machen in jungen jahren die das aber einfach mental nicht verkraftet haben auf irgendeiner weise vielleicht nicht mehr gut genug waren für den vorbesitzer und bevor man sich eben große gedanken macht und man denkt man kriegt das pferd vielleicht eh nicht verkauft weil es nichts wert ist schiebt man zeit zum pferdehändler hat man weniger stress mit der pferdehändler hat damit die verantwortung natürlich landen auch pferde leider beim pferdehändler die eben krank sind oder die halt einfach auch nicht dass ich sag mal entsprechende gemüt haben vielleicht wie für ein anfänger fährt aber irgendwo ja gab es halt irgendwo mal ein knacks in dem leben das einfach die pferde das eben nicht mehr so mitgemacht haben und ich finde halt auch jedes pferd hat irgendwo eine chance verdient natürlich ist es schöner jetzt wie wir zum beispiel ein q wenn man direkt beim züchter kauft da weiß man wirklich wo kommen die pferde her was haben die gesehen was auch nicht aber es gibt halt eben auch pferde wie zum beispiel bei ruby der aus irgendeinem grund und ich kann es nicht nachvollziehen ich kann nicht sagen warum beim händler gelandet ist wir haben auch versucht natürlich nachforschung anzustellen die züchterin die wollte irgendwie keinen kontakt keine ahnung wie hat sich nie mit uns in verbindung gesetzt auch obwohl wir mal briefe geschrieben haben und die vorbesitzerin im pass die war irgendwie unauffindbar also wir haben dann irgendwann also ich habe das bestimmt ein zwei jahre probiert da irgendwas rauszufinden aber irgendwann habe ich halt einfach mich damit abgefunden habe gesagt wer weiß wofür es gut ist dass ich gar nicht weiß warum man ruby eben beim händler gelandet ist und ich bin einfach nur froh dass ich eben dieses pferd gefunden habe und dass er den weg zu mir gefunden hat und ich glaube auch er war irgendwo froh dass er dann einfach ein festes zu hause gefunden hat weil auch das wissen wir nicht wie sehr ist ruby vielleicht vorher schon rumgereicht worden ja im pass stand neben der züchterin noch ein weiterer besitzer vielleicht hat er wirklich das glück gehabt dass er nur eine zwischenstation hatte vielleicht war er auch irgendwo in mehreren stellen und der besitzerwechsel wurde einfach nicht vorgenommen oder sonstiges man weiß es nicht aber ja wie gesagt ich finde halt auch man muss halt irgendwo den pferden auch eine chance geben wichtig natürlich ist es hier dass wir da sind wir wieder beim thema gesunder menschenverstand eine entsprechende ankaufsuntersuchung machen um eben den punkt auszuschließen dass das pferd vielleicht irgendwie krank ist oder aus krankheitsbedingten gründen beim händler gelandet ist ich kann natürlich beim pferdehändler nicht erwarten dass ich für 2000 euro ein grand prix pferd bekommen also dass das das ist klar ja auch bei händler kosten entsprechend bessere pferde auch mehr geld also da kann ich mir 2000 euro auch nicht weiter aber das sollte eigentlich jedem bewusst sein und mit der ankaufsuntersuchung also das spreche ich bewusst an wir haben damals beim ruby eine extra große ankaufsuntersuchung gemacht eben weil wir wussten dass er vom händler kam das heißt wir haben natürlich die normale akku gemacht wir haben große röntgenbilder gemacht wir haben extra auf spatt röntgen lassen wir haben extra auf hufrolle röntgen lassen wir haben den rücken röntgen lassen wir haben das genick röntgen lassen und wir haben blut abnehmen und einfrieren lassen das hat einfach folgenden grund wenn das pferd jetzt zum beispiel anfängt nach drei monaten oder so extrem zu husten oder er geht auf einmal stocklarm dann könnte ich anhand der damals genommenen blutprobe nachweisen ob also da könnte ich jetzt sagen öffnet mir die blutprobe und untersucht es auf was weiß ich lahmheitsmittel oder mittel die einfach schmerzmildernd sind oder sonstiges ja das ist einfach so mein hintertürchen gewesen falls etwas gewesen wäre dann hätte ich halt nachweisen lassen können dass vielleicht da das pferd irgendwie gesund gespritzt wurde und dementsprechend natürlich dann auch mit gegen den verkäufer hätte vorgehen können das blut ist natürlich nicht ewig haltbar also ich weiß gar nicht ein halbes jahr oder ein jahr kann man das nachvollziehen dann ist das fertig aber ich habe auch das glück gehabt dass bei ruby einfach nichts war also wir mussten die blutprobe nie öffnen lassen das sind aber halt einfach so tipps die ich auf dem weg mitgeben kann ja entsprechend große akku kostet natürlich auch geld und gerade bei händlern gilt nicht so gern die regel nach dem motto naja wenn was gefunden wird teilst du die kosten nein also wir mussten generell die kosten tragen das war von vornherein klar das hat der händler auch so gesagt er hat gesagt wenn ihr eine akku machen möchtet sehr gerne überhaupt kein problem dann aber bitte komplett auf eure kosten egal ob ihr was findet oder nicht findet ja und das haben wir auch gemacht ruby war gott sei dank durch und durch komplett gesund also es wurde absolut nichts festgestellt und ja also wie gesagt das war so mal ein tipp wo ich gesagt aber das kann ich euch mal auf den weg mit geben wie gesagt man muss einfach mit gesunden menschenverstand so ein bisschen herangehen und ich kann auch nicht bei einem händler erwarten dass ein vier- oder fünfjähriges pferd so brav ist dass ich mit dem jetzt allein ins gelände gehen kann auch das ist gesunder menschenverstand aber grundsätzlich wollte ich einfach nur einfach darauf mal hinweisen dass nicht jedes pferd das beim vom pferdehändler kommt oder beim pferdehändler landet irgendwo schlecht ist ja also jedes pferd hat einfach so seinen eigenen charakter und seine eigenen bedürfnisse es gibt halt auch pferde die wollen zum beispiel kopfmäßig unheimlich viel gearbeitet werden die muss man auslasten das sind so wie ich sag mal bei hunden ist das ja auch so ein labrador da chillt eher auf der couch und ein richback den musst du halt irgendwie ordentlich beschäftigen und das bei pferden nicht anders nur da kann man es halt nicht rassespezifisch sagen sondern das hat einfach pferdabhängig aber es gibt pferde die sind vielleicht irgendwo sehr sehr quirlig vielleicht auch ein bisschen frech gegenüber den reiter die können das nicht zu handeln wissen und schieben dann in anführungszeichen das pferd ab ja mit der begründung der ist blöd der ist ja nur am bocken und was weiß ich was und wenn dann irgendwo das pferd dann wieder auf station x landet und dann man hat jemand hat vielleicht hat der sich wirklich damit auch beschäftigt wo man dann einfach raus findet das pferd war einfach unterfordert das will viel kopfarbeit haben den muss man kopfmäßig fertig machen nicht nur körperlich sondern der muss einfach viel schaffen vom kopf her und auf einmal wird es der tollste partner den man sich wünschen kann und deshalb bitte ich euch einfach nur reagiert nicht so empfindlich oder seid nicht prinzipiell gegen einen pferdehändler wie gesagt eine gewisse vorsicht braucht man definitiv aber nicht jeder pferdehändler ist gleichzeitig ein verbrecher und will euch das geld aus der tasche ziehen oder sonstiges wenn ihr unerfahren seid auch das ist kein problem nimmt einfach jemand mit der einfach die erfahrung hat der sich mit pferden auskennt und er auch vielleicht ein bisschen ahnung vom pferde kaufen hat und dann bin ich sicher falls ihr irgendwann mal auf die suche geht dass er auch einen entsprechenden freizeitpartner für euch findet ich habe meinen tatsächlich beim pferdehändler gefunden über eine annonce in einer pferdezeitschrift wo ganz viele pferde abgebildet waren von diesen händler und ruby war tatsächlich gar nicht meine erste wahl weswegen ich dahin gefahren bin aber nachdem ich ihn dann gesehen habe war es definitiv meine erste wahl ja aber so geht es halt auch also man kann auch beim pferdehändler ein pferd finden das uns an die leben lang begleitet und auch vielleicht sportlich bis in die hohen klassen begleitet und er einfach eine zweite chance und ein schönes zuhause verdient hatte meine lieben das war einfach so persönliche worte persönliche erzählungen einfach so meiner erfahrung die ich euch noch mal weitergeben wollte und ich glaube das war es jetzt einfach erstmal ich bedanke mich fürs zu sehen wie immer und sagt bis zum nächsten mal tschau meine lieben